Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Nummer 60 Nummer 60 Hast du einen kleineren Hut für mich? Hast du einen kleineren Hut für mich? Und ich lerne Deutsch. Meine Schulferien verbringe ich bei meiner Oma. Meine Schulferien verbringe ich bei meiner Oma. Schnellni kanikuli provodschu s Babuseju. Von hier aus kann ich gut sehen. Von hier aus kann ich gut sehen. Zwieze moni dobre voidno. Ich kann den Elektroroller leicht zusammenfalten. Ich kann den Elektroroller leicht zusammenfalten. Ich habe Wildblumen in meiner rechten Gesäßtasche. Ich habe Wildblumen in meiner rechten Gesäßtasche. Ich habe Wildblumen in meiner rechten Gesäßtasche. Ich trage eine kosmetische Maske auf. Ich trage eine kosmetische Maske auf. Ich genieße die Freiheit im Cabrio. 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 Ich trinke am liebsten Filterkaffee. Ich trinke am liebsten Filterkaffee. Die Sonne scheint mir in die Augen. Die Sonne scheint mir in die Augen. Die Sonne scheint mir in die Augen. Der Vogel sitzt im Futterhäuschen. Der Vogel sitzt im Futterhäuschen. Der Vogel sitzt im Futterhäuschen. Der Kaffee läuft durch den Filter. Der Kaffee läuft durch den Filter. Der Kaffee läuft durch den Filter. Ich richte die Kamera auf das Ziel aus. Ich richte die Kamera auf das Ziel aus. Ich richte die Kamera auf das Ziel aus. Der Wind weht die Haare in mein Gesicht. Der Wind weht die Haare in mein Gesicht. Wetter roznosiht mein Volosia w oblicze. Gefällt dir mein Hut? Gefällt dir mein Hut? Ich danke meiner Oma für alles, was sie für mich getan hat. Ich danke meiner Oma für alles, was sie für mich getan hat. Ich danke meiner Oma für alles, was sie für mich getan hat. Das ist die Nazionaltracht meines Landes 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 Der Garten ist zugewuchert Ich muss einen Gärtner bestellen Der Garten ist zugewuchert Ich muss einen Gärtner bestellen Der Garten ist zugewuchert Ich muss einen Gärtner bestellen Sadok Zaris Mir ist zugewuchert Ich muss einen Gärtner bestellen Baken ist meine Leidenschaft Baken ist meine Leidenschaft Baken ist meine Leidenschaft Vipiehka – moja prestraßt Grapefruit, Orangen und Liemetten sind Zitrusfrüchte Grapefruit, Orangen und Liemetten sind Zitrusfrüchte Grapefruit, Orangen und Liemetten sind Zitrusfrüchte Grapefruit, Apelsen, Dalaime, Zitrussovi Mein neuer Kleiderschrank hat eine Innenbeleuchtung Mein neuer Kleiderschrank hat eine Innenbeleuchtung Mein neuer Kleiderschrank hat eine Innenbeleuchtung Mein neue Harderob hat eine Innenbeleuchtung Alles, was gesund ist, gebe ich in den Mixer Alles, was gesund ist, gebe ich in den Mixer Все, что здорово, я кладу в Блендер. Ich habe blaue und gelbe Stifte. Ich habe blaue und gelbe Stifte. Ich habe blaue und gelbe Stifte. У меня есть синюшовти Ручки. Я использую червеный Чайник, чтобы поливать Квиты. Wir sitzen zusammen im Wohnzimmer. Wir sitzen zusammen im Wohnzimmer. Leider fährt der Roller nicht elektrisch. Leider fährt der Roller nicht elektrisch. На жаль, скутер не приводится в дию на электрике. Ich mag Spинат nicht, wenn er roh isst. Ich mag Spинат nicht, wenn er roh isst. Ich bringe meinen Freund im Rollstuhl zum Strand. Ich bringe meinen Freund im Rollstuhl zum Strand. Я веду своего друга на пляж на инвалидному виску. Ich sitze im Kofferraum meines Autos und lese ein Buch. Ich sitze im Kofferraum meines Autos und lese ein Buch. Ich sitze im Kofferraum meines Autos und lese ein Buch. Я сижу в баха жнеку своје и машине и читаю кнехо. Ich brauche einen Rollfilm für diesen Fotoapparat. Ich brauche einen Rollfilm für diesen Fotoapparat. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Ich bin auf den Regen vorbereitet. Я готовый до дождь. Wir reiten gleich zusammen aus. Wir reiten gleich zusammen aus. Wir reiten gleich zusammen aus. Мы скоро поедемо разом. Wir 13学 garни проезд. In Zeitlupe jest der Waldschlag сахстя. И пув tenure на ясно свобгну бутия крыл. Das Eichhörnchen sitzt auf dem Boden und frisst eine Nuss. Das Eichhörnchen sitzt auf dem Boden und frisst eine Nuss. Die Frau sitzt am See, wir sehen sie von hinten. Ein Mann hält frisch gepflückte Oliven in seiner linken Hand. Ein Mann hält frisch gepflückte Oliven in seiner linken Hand. Ein Mann hält frisch gepflückte Oliven in seiner linken Hand. Ein Mann hält frisch gepflückte Oliven in seiner linken Hand. Ein Mann hält frisch gepflückte Oliven in seiner linken Hand. Durch das offene Fenster sieht man den Schnee auf der Terrasse. Der Mann hält einen Strauß roter Rosen in der Hand. Der Mann hält einen Strauß roter Rosen in der Hand. Der Mann hält einen Strauß roter Rosen in der Hand. Ich habe eine Torte zu deinem Geburtstag gebacken. Ich habe eine Torte zu deinem Geburtstag gebacken. Ich habe eine Torte zu deinem Geburtstag gebacken. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich kann mit meiner Freundin reden. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich kann mit meiner Freundin reden. Ich muss heute nicht arbeiten. Ich kann mit meiner Freundin reden. Heute muss ich nicht arbeiten. Ich kann mit meiner Freundin sprechen. Ich kann mit meiner Freundin sprechen. Die Schnecke kriecht über die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Die Schnecke kriecht über die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Die Schnecke kriecht über die Straße. Die Schnecke kriecht über die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Ravlik перепowsehe durch die Straße. Sie trägt ein Schneckenhaus. Das Frühstück ist gleich fertig. Das Frühstück ist gleich fertig. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Frühstück. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Frühstück. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Frühstück. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Ich brauche kein Schneckenhaus. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Die Hochglocke hat geklingelt. Wir warten auf den Lehrer. Ich trinke morgens nur eine Tasse Kaffee. Möchtest du auch einen Burger mit Fisch, Tomaten und Salat? Höcchete takož Burger z Ryboujo, Pomidorami ta Listiam Salatu? Auf meiner rechten Schulter sitzt eine schwarze Katze. Czorniki cediti namojemu pravomu pleci. Ich esse das letzte Stück Kirschkuchen. Ich esse das letzte Stück Kirschkuchen. Ich esse das letzte Stück Kirschkuchen. Ich kann sie vom Baum pflücken. Die Orangen sind reif. Ich kann sie vom Baum pflücken. Die Orangen sind reif. Ich kann sie vom Baum pflücken. Apelsen stigli. Ich kann sie vom Baum pflücken. Eine Holztreppe führt nach unten. Sie hat rechts ein Geländer. Eine Holztreppe führt nach unten. Sie hat rechts ein Geländer. Eine Holztreppe führt nach unten. Eine Holztreppe führt nach unten. Sie hat rechts ein Geländer. Sie hat rechts ein Geländer. Die Stethoskope kann ich in den Körper hinein hören. Mit einem Stethoskop kann ich in den Körper hineinhören. Mit einem Stethoskop kann ich in den Körper hineinhören. Mit einem Stethoskop kann ich in den Körper hineinhören. Von der Decke hängt ein Kronleuchter. Sie stähen mit ihrer Gitarre auf der Brücke. Lisa steht mit ihrer Gitarre auf der Brücke. Lisa steht mit ihrer Gitarre auf der Brücke. Der Vater läuft mit seinem Sohn durch den Schnee. Der Vater läuft mit seinem Sohn durch den Schnee. Ich habe vier Geschenkpakete erhalten. 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 Das ist mein neues Spielzeug. Ich steuere damit ein Modellboot. Das ist mein neues Spielzeug. Ich steuere damit ein Modellboot. Das ist mein neues Spielzeug. Ich steuere damit ein Modellboot. Woher hast du diesen außergewöhnlichen Ring? Woher hast du diesen außergewöhnlichen Ring? Woher hast du diesen außergewöhnlichen Ring? Heute gibt es italienische Pasta mit Erbsen. Heute gibt es italienische Pasta mit Erbsen. Heute gibt es italienische Pasta mit Erbsen. Aus dem Fenster sehe ich eine Tragfläche des Flugzeugs. Aus dem Fenster sehe ich eine Tragfläche des Flugzeugs. ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Ich brauche eine neue Brille. Die Bühne ist lila beleuchtet. Die Bühne ist lila beleuchtet. Szena, auswietlena, violettowem Kolorom. Die hohen Häuser stehen dicht beieinander. Die hohen Häuser stehen dicht beieinander. Er hat mir mein Spielzeug weggenommen. Er hat mir mein Spielzeug weggenommen. Ich esse am liebsten Nudeln. Ich esse am liebsten Nudeln. Ich übe für eine Aufführung im Theater. 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 Ich gebe meinem Kind die Flasche. Ich gebe meinem Kind die Flasche. Ich gebe meinem Kind die Flasche. Die Pullover liegen gestapelt auf dem Schrank. Die Pullover liegen gestapelt auf dem Schrank. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Ich habe Löwenzahn gepflückt. Wir trainieren vor unserem Basketballspiel am Donnerstag. Wir trainieren vor unserem Basketballspiel am Donnerstag. Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Ich entspanne mich, indem ich Ukulele spiele. Ich entspanne mich, wenn ich Ukulele spiele. Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Möchtest du ein gelbes oder ein blaues Ei haben? Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Meine kleine Schwester hat eine Sonnenbrille mit rotem Rand. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Mein Hund und ich sitzen an einem Holztisch im Garten. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Du kannst mein Spiegelbild in der Pfütze sehen. Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Möchtest du von meinem Eis probieren? Ich habe neue Buntstifte bekommen. Ich habe neue Buntstifte bekommen. Ich werde viele Buntstifte bekommen. Das sind thinks so. Ich mache noch etwas dedans. auf den grill legst du noch einige würstchen auf den grill legst du noch einige würstchen auf den grill ich habe die impfung in meinen linken oberarm bekommen ich habe die impfung in meinen linken oberarm bekommen morgen laufe ich an den alten fabrikgebäuden vorbei morgens laufe ich an den alten fabrikgebäuden vorbei morgens laufe ich an den alten fabrikgebäuden vorbei Heute ist mein erster Tag in der neuen Schule. Heute ist mein erster Tag in der neuen Schule. Das ist der neue Laden, von dem ich dir erzählt habe. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Maschinenbau im dritten Semester. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. Dieses Semester ist meine Bachelorprüfung. Ich studiere Psychologie. In diesem Semester ist meine Bachelorprüfung. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. Nächsten Monat werde ich meinen Master in Germanistik abschließen. In zwei Jahren werden wir 18 Jahre alt. Dann machen wir unser Abitur. In zwei Jahren werden wir 18 Jahre alt. Dann machen wir unser Abitur. Ich muss schnell die restlichen Hausaufgaben machen. 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 Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Hast du deine Hausaufgaben schon gemacht? Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Wir haben uns im Kindergarten kennengelernt. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Die Schnürsenkel sollten festsitzen. Die Golfschläger sind in zwei verschiedenen Golftaschen. Die Golfschläger sind in zwei verschiedenen Golftaschen. Die Golfschläger sind in zwei verschiedenen Golftaschen. Klischke dla Holfu znajodetse w dwóch riesnych Sumpach dla Holfu. Ich überlege mein Studienfach zu wechseln. Ich überlege mein Studienfach zu wechseln. Ich überlege mein Studienfach zu wechseln. Hast du deinen Koffer vergessen? Hast du deinen Koffer vergessen? Das Spiel beginnt in einer Minute. Das Spiel beginnt in einer Minute. Das Spiel beginnt in einer Minute. Hrappoczanaizze через chwilę. Ich muss mich beeilen, sonst fährt der Bus ohne mich ab. Ich muss mich beeilen, sonst fährt der Bus ohne mich ab. Ich muss mich beeilen, sonst fährt der Bus ohne mich ab. Das Stadion ist noch leer. Das Stadion ist noch leer. Stadion ist noch leer. Glaubst du, das Fleisch ist schon leer? Glaubst du, das Fleisch ist schon gar? Glaubst du, das Fleisch ist schon gar? Du majete, miasso вже hotowe. Möchtest du heute Abend mit mir in die Bar gehen? Möchtest du heute Abend mit mir in die Bar gehen? Das ist mein neuer Gymnastikball. Das ist mein neuer Gymnastikball. Das ist mein neuer Gymnastikball. Cemi novo im Jetsch dla Gymnastiki. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist. Ich hätte nie gedacht, dass es so schön ist. Wann wird denn hier die Tür geöffnet? Wann wird denn hier die Tür geöffnet? Kali tut, wie kreuzze Dweri? Wir fahren mit dem Bus zu den Sehenswürdigkeiten. Do viznacznych Pamiętok jesdemo Autobusom. Heute haben wir einen guten Grund, Sekt zu trinken. Heute haben wir einen guten Grund, Sekt zu trinken. Сегодня у нас є вагома причина выпити Шампанського. Die Bücher sehen gebraucht aus. Die Bücher sehen gebraucht aus. Ich weiß nicht, was Fritz mir mit dieser Nachricht sagen will. Ich weiß nicht, was Fritz mir mit dieser Nachricht sagen will. Ich weiß nicht, was Fritz mir mit dieser Nachricht sagen will. Lass uns das Bild gemeinsam malen. Lass uns das Bild gemeinsam malen. Lass uns das Bild gemeinsam malen. Ich habe völlig vergessen, meine Rechenaufgaben zu machen. Ich habe völlig vergessen, meine Rechenaufgaben zu machen. Ich habe vor drei Jahren Schach gelernt. Ich habe vor drei Jahren Schach gelernt. Ich messe deine Taille mit dem Maßband ab. Du bist sehr schlank. Ich messe deine Taille mit dem Maßband ab. Du bist sehr schlank. Ich verliere deine Taille mit dem Maßband ab. Du bist sehr schlank. Mit diesem Hut erkennt man mich überall. Mit diesem Hut erkennt man mich überall. Mit diesem Hut erkennt man mich überall. Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Ich arbeite als Schneiderin in meinem eigenen Betrieb. Ich muss etwas an diesem Design ändern. Ich muss etwas an diesem Design ändern. Dein Kleid ist fertig. Du kannst zur Anprobe kommen. Dein Kleid ist fertig. Du kannst zur Anprobe kommen. Wasche Platte ist fertig. Du kannst zur Anprobe kommen. Das Negan passt zum Stoff. es hat die richtige Farbe. Das Nähgarn passt zum Stoff, es hat die richtige Farbe. Das Nähgarn passt zum Stoff, es hat die richtige Farbe. Schweinanitka pojednuit zes Tkaninoju. C pravelni kolir. Ich trage ein Nadelkissen an meinem Handgelenk. Ich trage ein Nadelkissen an meinem Handgelenk. Bewege dich nicht. Ich muss die Länge deines Arms genau ausmessen. Bewege dich nicht. Ich muss die Länge deines Arms genau ausmessen. Bewege dich nicht. Ich muss die Länge deines Arms genau ausmessen. Bewege dich nicht. Ich muss die Länge deines Arms genau ausmessen. Kann ich Ihnen helfen, Ihre Länge anzuziehen? Kann ich Ihnen helfen, Ihre Länge anzuziehen? Ich übertrage das Schnittmuster auf den Stoff. Ich übertrage das Schnittmuster auf den Stoff. Kann ich Ihnen helfen, Ihre Länge anzuziehen? Kann ich Ihnen helfen, Ihre Länge anzuziehen? Ich messe die Breite der Schultern. Ich messe die Breite der Schultern. Ich bin Tischler. Ich bearbeite ein Brett mit einem Hobel. Ich bin Tischler. Ich bearbeite ein Brett mit einem Hobel. Ich bin Tischler. Ich bearbeite ein Brett mit einem Hobel. Mein Vater zeigt mir, wie man eine Säge benutzt. Mein Vater zeigt mir, wie man eine Säge benutzt. Der Mann bohrt ein Loch mit einer elektrischen Bohrmaschine. Der Mann bohrt ein Loch mit einer elektrischen Bohrmaschine. Der Mann bohrt ein Loch mit einer elektrischen Bohrmaschine. Der Boden ist voller Sägespäne. 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 Ich bohre mit einer Schlagbohrmaschine durch die Wand. Ich bohre mit einer Schlagbohrmaschine durch die Wand. Swerdliu Kristianu udarnoju drillem. Ich halte einen Hammer in meiner rechten Hand. 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 Einmal in der Woche fahre ich zur Tankstelle. Einmal in der Woche fahre ich zur Tankstelle. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Ich war in Berlin. Ich bin mit dem Zug gefahren. Wir fahren mit einer Reisegruppe in den Urlaub nach Österreich. Wir fahren mit einer Reisegruppe in den Urlaub nach Österreich. Wir fahren mit einer Reisegruppe in den Urlaub nach Österreich. Wir fahren mit einer Reisegruppe in den Urlaub nach Österreich. Der Zug hat Verspätung. Ich bin in einer Stunde zu Hause. Der Zug hat Verspätung. Ich bin in einer Stunde zu Hause. Der Zug hat Verspätung. Ich bin in einer Stunde zu Hause. Wir nehmen ein Taxi, damit wir sicher nach Hause zurückkehren. Wir nehmen ein Taxi, damit wir sicher nach Hause zurückkehren. Wir nehmen ein Taxi, damit wir sicher nach Hause zurückkehren. Mit diesem Rad kann man das Gas abstellen. 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 Ich bin froh hier zu sein. Ich war acht Stunden unterwegs. Ich bin froh hier zu sein. Ich war acht Stunden unterwegs. Ich bin froh hier zu sein. Ich war acht Stunden unterwegs. Ich bin froh hier zu sein. Ich war acht Stunden unterwegs. Ich fülle Öl in den Motor. Dazu benutze ich einen Trichter. Ich fülle Öl in den Motor. Dazu benutze ich einen Trichter. Ich brauche neue Sommerreifen für mein Auto. Ich brauche neue Sommerreifen für mein Auto. Ich brauche neue Sommerreifen für mein Auto. Möchtest du ein Stück Pizza? Möchtest du ein Stück Pizza? Möchtest du ein Stück Pizza? Wir lesen Bücher in der Stadtbibliothek. Wir lesen Bücher in der Stadtbibliothek. Wir lesen Bücher in der Stadtbibliothek. Ich freue mich auf einen neuen Tag. Ich freue mich auf einen neuen Tag. Ich freue mich auf einen neuen Tag. Ich schreibe meinem Freund Patrick einen Brief. Ich schreibe meinem Freund Patrick einen Brief. Ich liebe es Lieder auf dem Klavier zu spielen. Ich liebe es Lieder auf dem Klavier zu spielen. Ich liebe es Lieder auf dem Klavier zu spielen. Ich liebe es Lieder auf dem Klavier zu spielen. Wir wohnen zusammen in einer kleinen Wohnung in München. Wir wohnen zusammen in einer kleinen Wohnung in München. Wir leben zusammen in einer kleinen Wohnung in München. Ich arbeite als Arzt in einem Krankenhaus. 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 Hier schneit es seit gestern Abend. Hier schneit es seit gestern Abend. Hier schneit es seit gestern Abend. Ich arbeite als Arzt in einem Krankenhaus. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Diesmal sind meine Hausaufgaben sehr schwierig. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Meine kleine Schwester ist nicht auf dem Foto. Auf dem Regal in der Küche stehen Gläser mit Vorräten. Auf dem Regal in der Küche stehen Gläser mit Vorräten. Auf dem Regal in der Küche stehen Gläser mit Vorräten. Ich gehe ins Wasser, obwohl es noch kalt ist. Ich gehe ins Wasser, obwohl es noch kalt ist. Ich gehe ins Wasser, obwohl es noch kalt ist. Ich möchte, dass meine Haare so bleiben, wie sie sind. Ich möchte, dass meine Haare so bleiben, wie sie sind. Ich möchte, dass meine Haare so bleiben, wie sie ist. Ich suche Pilze im Wald. Mein Kopf ist fast voll. Ich suche Pilze im Wald. Mein Kopf ist fast voll. Die Enten sitzen auf einem Holzsteg. Die Enten sitzen auf einem Holzsteg. Ich habe eine Katze gefunden. Sie ist sehr zutraulich. Ich habe eine Katze gefunden. Sie ist sehr zutraulich. Ich habe eine Katze gefunden. Sie ist sehr zutraulich. Ich weiß Schaukota. Sie ist sehr zutraulich. Ich sauge den Boden zweimal am Tag. 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 Ich kann mit einem Löffel essen. Ich kann mit einem Löffel essen. Ich kann mit einem Löffel essen. Die Hunde ziehen einen Schlitten. Die Hunde ziehen einen Schlitten. Sobake tягнуть Sane. Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Gestern habe ich eine interessante Person kennengelernt. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Ich habe heute Abend ein Treffen vereinbart. Wir spielen heute um diesen Pokal. Wir spielen heute um diesen Pokal. Wir spielen heute um diesen Pokal. Сегодня мы играем за цей Трофей. Ich bereite mich auf den Muttertag vor. Я готовалась до дня матери. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch länger warten soll. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch länger warten soll. Я не уверен, что стоит ждать. На желтой тарелке лежат три круассаны. Дарф ich mir einige Himbeeren nehmen? Дарф ich mir einige Himbeeren nehmen? Можно молиться. Die Straßenschilder sind verrostet und verbeult. Die Straßenschilder sind verrostet und verbeult. Волочные знаки Иржавита помните. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Ich möchte lernen, wie man sich rasiert. Я хочу научиться, holиться. Hier ist schon lange kein Zug mehr hergefahren. Hier ist schon lange kein Zug mehr hergefahren. Hier ist schon lange kein Zug mehr hergefahren. Давно сюда не приходит в Ботя. Das Fahrrad ist alt und rостig. Велосипед старый и Иржавый. Im Keller haben wir eine Kiste mit alten Schlüsseln gefunden. Im Keller haben wir eine Kiste mit alten Schlüsseln gefunden. Im Keller haben wir eine Kiste mit alten Schlüsseln gefunden. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Ich habe einen detaillierten Plan für dieses Bauvorhaben. Am besten schmeckt mir Schokoladeneis in Italien. Am besten schmeckt mir Schokoladeneis in Italien. Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Möchtest du auch ein Schokoladeneis haben? Вы бы тоже хотели шоколадного морозива. Wir haben zusammen Medizin studiert. Wir haben zusammen Medizin studiert. Мы разом вывчали медицину. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. Wir haben draußen ein Fondue gemacht. Мы сделали Fondue на дворе. Die Straße ist nur 100 Meter entfernt von hier. Die Straße ist nur 100 Meter entfernt von hier. Die Straße ist nur 100 Meter entfernt von hier. Дорога звится лише за 100 метров. Wir sollten jetzt schnell nach Hause gehen. Wir sollten jetzt schnell nach Hause gehen. Ich darf allen Blumen mit dem Schlauch Wasser geben. Ich darf allen Blumen mit dem Schlauch Wasser geben. Ich darf allen Blumen mit dem Schlauch Wasser geben. Ich darf allen Blumen mit dem Schlauch Wasser geben. Ich gehe mit den Hunden spazieren. Kommst du mit? Ich gehe mit den Hunden spazieren. Kommst du mit? Ich lese die Märchen der Gebrüder Grimm. Ich lese die Märchen der Gebrüder Grimm. An diesem Strand gibt es viele Muscheln. An diesem Strand gibt es viele Muscheln. An diesem Strand gibt es viele Muscheln. Meine Kräuter brauchen Sonne und viel Wasser. Meine Kräuter brauchen Sonne und viel Wasser. Meine Kräuter brauchen Sonne und viel Wasser. Mein Vater arbeitet im Home Office. Trotzdem hat er Zeit für mich. Was kostet eine Ultraschallreinigung meiner Zähne? Was kostet eine Ultraschallreinigung meiner Zähne? Was kostet eine Ultraschallreinigung meiner Zähne? Skilke kostet Ultraschallreinigung meiner Zähne? Was kostet eine Ultraschallreinigung meiner Zähne? Es ist genug Pizza für alle da. Es ist genug Pizza für alle da. Es ist genug Pizza für alle da. Wir müssen diesen Zahn röntgen. Wir müssen diesen Zahn röntgen. Wir müssen diesen Zahn röntgen. Нам потрäbno zröbüti röntgen zuhause. Trinkst du jeden Tag genug Wasser? Trinkst du jeden Tag genug Wasser? Trinkst du jeden Tag genug Wasser? Um mit deinen Zahn röntgen zu machen, Wir konsultieren unseren Arzt Online. Wir konsultieren unseren Arzt Online. Wir konsultieren unseren Arzt Online. Meine Aktien haben ihren Verlust wieder aufgeholt. Meine Aktien haben ihren Verlust wieder aufgeholt. Im Frühling hängen wir diesen Kranz an die Tür. Ich kann nicht gleichzeitig telefonieren und an der Konferenz teilnehmen. Ich kann nicht gleichzeitig telefonieren und an der Konferenz teilnehmen. Ich kann nicht gleichzeitig telefonieren und an der Konferenz teilnehmen. Ich kann nicht telefonieren und an der Konferenz teilnehmen. Unsere Bauindustrie braucht Sand. Unsere Bauindustrie braucht Sand. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Ich verbringe jeden Tag zu viele Stunden in den sozialen Medien. Meine Augen tränen, wenn ich Zwiebeln schneide. Ich bin der Chef in dieser Küche. Ich bin der Chef in dieser Küche. Ich bin der Chef in dieser Küche. So putzt du deine Zähne richtig. So putzt du deine Zähne richtig. So putzt du deine Zähne richtig. Ich habe gerade alle Aktien eines Autoherstellers gekauft. Ich habe gerade alle Aktien eines Autoherstellers gekauft. Ich habe gerade alle Aktien des Autoherstellers gekauft. Wird mein Gesicht braun, wenn ich es in die Sonne halte? Wird mein Gesicht braun, wenn ich es in die Sonne halte? Das muss ich mir am Monitor mal genauer anschauen. Das muss ich mir am Monitor mal genauer anschauen. Das muss ich mir am Monitor mal genauer anschauen. Die Sonnenblume produziert die Kerne für mein Müsli. Die Sonnenblume produziert die Kerne für mein Müsli. In den Niederlanden gibt es riesige Tulpenfelder. In den Niederlanden gibt es riesige Tulpenfelder. In den Niederlanden gibt es riesige Tulpenfelder. Ich überlege immer noch, ob ich eine Jacke online kaufen soll. Ich überlege immer noch, ob ich eine Jacke online kaufen soll. Ich überlege immer noch, ob ich eine Kirche online kaufen soll. Ich überlege immer noch, ob ich eine Kirche online kaufen soll. Ihr Name ist Rosalie. Unser erstes Kind ist ein Mädchen. Ihr Name ist Rosalie. Unser erstes Kind ist ein Mädchen. Unser erstes Kind ist ein Mädchen. Ihr Name ist Rosalie. Unser erstes Kind ist ein Mädchen. Ihr Name ist Rosalie. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Ich glaube, ich habe gerade etwas online bestellt. Unser Zelt steht direkt am Wasser. Unser Zelt steht direkt am Wasser. Unser Zelt steht direkt am Wasser. Ich helfe dir gerne morgen beim Umzug. 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 von hier aus kann ich das mehr sehen von hier aus kann ich das mehr sehen von hier aus kann ich das vor dem aufstehen lesen wir in einem kinderbuch vor dem aufstehen lesen wir in einem Kinderbuch. Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Ich nutze den Massageball jeden Tag für meine Füße. Rauchen ist schlecht für deine Gesundheit. Korinja Skidlowa dla Zdorovia. Vor unserer Tür steht ein Korb mit Büchern und Blumen. Vor unserer Tür steht ein Korb mit Büchern und Blumen. Vor unserer Tür steht ein Korb mit Büchern und Blumen. Pered naszemu dverema koschig is knischkamu takwitamu. Unser Hotelzimmer ist das letzte auf dem Flur. Unser Hotelzimmer ist das letzte auf dem Flur. Unser Hotelzimmer ist das letzte auf dem Flur. Nasch hotelnej nommer je ostañim u corredore. Meine Tochter sitzt im Bademantel auf der Waschmaschine. Meine Tochter sitzt im Bademantel auf der Waschmaschine. Moja Doňka sedet na pralniej Maschine w Chalati. Ich bin Dozentin an der Universität Heidelberg. Ich bin Dozentin an der Universität Heidelberg. Ja wykladacz u Heidelbergskomu Universiteti. Wer installiert mir eine Alarmanlage in meinem Haus? Wer installiert mir eine Alarmanlage in meinem Haus? Wer installiert mir eine Alarmanlage in meinem Haus? Noch ein Punkt und ich habe gewonnen. Noch ein Punkt und ich habe gewonnen. Noch ein Punkt und ich habe gewonnen. Für unser Picknick am Strand ist alles vorbereitet. 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 Hier schminke ich mich. Zermiste, deja roblu maquillage. Diesmal geht unser Urlaub nach Amerika. Diesmal geht unser Urlaub nach Amerika. Zuhora zunasche wird bostka maje pojechate v Ameriko. Ich stricke eine Mütze für meine Enkelin. 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 Ich hätte gerne noch einen Ananas-Cocktail. Ich hätte gerne noch einen Ananas-Cocktail. Ich hätte gerne noch einen Ananas-Cocktail. Ich wollte noch einen Ananas-Cocktail. Mein Vater hat ein Flugzeug aus Holz gebaut. 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 Willkommen zu meinem heutigen Video. 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 Bei schönem Wetter sitzen wir alle am Pool. Bei schönem Wetter sitzen wir alle am Pool. Коли гарна погода, мы всі сидимо біля бассейну. Welches Getränк ist für mich? Welches Getränк ist für mich? Я кий на пі для мене. Der Hund bekommt von mir eine professionelle Massage. Der Hund bekommt von mir eine professionelle Massage. Собака отримує від мене профессійний Массаж. Ми зробили знімок Сан-Франциско за допомогою дрона. Я покажу вам пам'ятки свого миста. Я лауфе шнелер альс-ду. Я лауфе шнелер альс-ду. Я лауфе шнелер альс-ду. Я біхаю швуче зоте бае. Поруч з моєм ноутбуком стоїть червона подарункова коробка. Попробуй,將 альс-дуваж! Meine Tante hat mir zum Geburtstag ein Fahrrad geschenkt. Tietka подарowala meni Velosiped na den Narodžinje. Ich beobachte den Sonnenaufgang von meinem Balkon aus. Ich beobachte den Sonnenaufgang von meinem Balkon aus. Ja, de vliusia nas je zonce zis woho Balkona. Die Strohballen liegen auf dem Feld. Die Strohballen liegen auf dem Feld. Die Strohballen liegen auf dem Feld. Tüke Solome ležat na poli. Ein Laufrad hat keine Pedale. Ein Laufrad hat keine Pedale. Balansowaj Velosiped ne maje Pedalej. Dies ist mein erstes Mal auf einer Kinderrutsche. Dies ist mein erstes Mal auf einer Kinderrutsche. Halt mich fest, wenn ich unten ankomme. Halt mich fest, wenn ich unten ankomme. Du kannst jetzt noch 10 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Du kannst jetzt noch 10 Minuten mit dem Fahrrad fahren. Tepar vy môžete zyklowati protiagum desi chvilin. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Ich gehe jeden Samstag und Sonntag zu meinem Pferd. Hallo Yvonne, kannst du Dienstag den Dienst mit mir tauschen? Привет, Yvonne, ты можешь поменять się ze mną u wievtorok. Ich trainiere für den Auftritt unserer Tanzgruppe. Trenuюсь do wystupu naszej tanzowalnej grupy. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich glaube, ich muss bald etwas abnehmen. Ich möchte meine Schulden bei dir bezahlen. Ich möchte meine Schulden bei dir bezahlen. Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Nehmen Sie jeden Morgen nach dem Frühstück eine Kapsel ein. Przyjmijte po jednej Kapseli, щoranku, bisle sniedanku. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Erzähle mir die Geschichte in allen Einzelheiten. Róskäžić mnie historię dokładno. Das ist die Art von Musik, die ich mag. Das ist die Art von Musik, die ich mag. Sama taka muzyka mi nie podobajetze. In Ordnung, so machen wir es. In Ordnung, so machen wir es. Warum magst du das Lied nicht? Warum magst du das Lied nicht? Warum magst du das Lied nicht? Czomotobine podobajetze pisne. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ich zeige euch beiden, was Marita mir geschrieben hat. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Ina war krank. Ab morgen geht sie wieder in den Kindergarten. Ina bulla hwora. Z завtraschnego дня wona повernitze do ditiacchogo sadka. Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Machst du dir Sorgen um deinen Arbeitsplatz? Ich habe diese Kamera von meinen Großeltern geerbt. Ich habe diese Kamera von meinen Großeltern geerbt. Ich bin Schaufenstergestalter. Ich bin Schaufenstergestalter. Ja, dekorator vitrin. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich werde nicht wieder mit dir sprechen, bis du dich entschuldigst. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. Ich bin dafür, so machen wir es. Ich bin dafür, so machen wir es. Ich bin dafür, so machen wir es. Das ist ein Spielzeug, das kannst du nicht essen. Das ist ein Spielzeug, das kannst du nicht essen. Das ist ein Spielzeug, das kannst du nicht essen. Heute haben wir uns beim Standesamt angemeldet. Heute haben wir uns beim Standesamt angemeldet. Heute haben wir uns beim Standesamt angemeldet. Mein Berufswunsch ist Arzt in einem Krankenhaus. Mein Berufswunsch ist Arzt in einem Krankenhaus. Mein Berufswunsch ist Arzt in einem Krankenhaus. Mein Karriere ist Arzt in einem Krankenhaus. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Bitte folgen Sie diesem Weg. Er führt zum Ausgang. Schau mal, ob der Ring passt. Schau mal, ob der Ring passt. Kommst du heute Abend in die Disco? Kommst du heute Abend in die Disco? Ich arbeite im Straßenbau. Ich sperre eine Baustelle ab. Ich arbeite im Straßenbau. Ich sperre eine Baustelle ab. Ich arbeite im Straßenbau. Ich sperre eine Baustelle ab. Ich arbeite im Straßenbau. Ich arbeite im Straßenbau. Ich sperre eine Baustelle ab. Ich arbeite im Straßenbau. Ich sperre eine Baustelle ab. Ich arbeite im Straßenbau. Ich sperre eine Baustelle ab. Willst du diese Berechnungen noch einmal überprüfen? Ich verrate dir ein Geheimnis. Du darfst es nicht weitersagen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Du darfst es nicht weitersagen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Du darfst es nicht weitersagen. Ich verrate dir ein Geheimnis. Du darfst es nicht weitersagen. Die Reparatur war teurer, als ich gedacht habe. Die Reparatur war teurer, als ich gedacht habe. Du hast hier einen Fehler gemacht. Berechne das noch einmal neu. Du hast hier einen Fehler gemacht. Berechne das noch einmal neu. Du hast hier einen Fehler gemacht. Berechne das noch einmal neu. Ich gebe es zu. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich gebe es zu. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ich gebe es zu. Das hätte ich nicht sagen sollen. Ja, wo ist na juce? Ja, ne powinnen, bov zu hocker satte. Mein Freund ist blind. Ich lerne die Blindenschrift. Mein Freund ist blind. Ich lerne die Blindenschrift. Ich würde dich gerne näher kennenlernen. 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 Kannst du den Plan an dieser Stelle noch verändern? Ich habe die Designerlampe für 10 Euro bei einer Versteigerung erhalten. Ich habe die Designerlampe für 10 Euro bei einer Versteigerung erhalten. Ich habe die Designerlampe für 10 Euro bei einer Versteigerung erhalten. Das werden wir hier ändern. Dann wird es auch günstiger. Das werden wir hier ändern. Dann wird es auch günstiger. Hat Ihr Unternehmen auch einen Kicker? Hat Ihr Unternehmen auch einen Kicker? Hat Ihr Unternehmen auch einen Kicker? Heute esse ich rote Weintrauben und trinke ein Glas Orangensaft. Heute esse ich rote Weintrauben und trinke ein Glas Orangensaft. Heute esse ich rote Weintrauben und trinke ein Glas Orangensaft. Heute esse ich rote Weintrauben und trinke ein Glas Orangensaft. Ich schlage vor, sich einer gründlichen ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Ich schlage vor, sich einer gründlichen ärztlichen Untersuchung zu unterziehen. Wir kaufen zusammen ein und posten unsere Einkäufe in den sozialen Medien. Wir kaufen zusammen ein und posten unsere Einkäufe in den sozialen Medien. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwelche Termine machen kann. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwelche Termine machen kann. Ich weiß nicht, ob ich heute irgendwelche Termine machen kann. Gute Nachrichten Die Ware ist gerade eingetroffen. Gute Nachrichten Die Ware ist gerade eingetroffen. Gute Nachrichten Die Ware ist gerade eingetroffen. Mit unseren beiden neuen Brillen können wir besser lesen. Mit unseren beiden neuen Brillen können wir besser lesen. Mit unseren beiden neuen Brillen können wir besser lesen. Seit wir den Laptop haben, können wir die Entwicklung unserer Enkelkinder verfolgen. Seit wir den Laptop haben, können wir die Entwicklung unserer Enkelkinder verfolgen. Seit wir den Laptop haben, können wir die Entwicklung unserer Enkelkinder verfolgen. Du hast schon wieder gewonnen. Ich gebe auf. Du hast schon wieder gewonnen. Ich gebe auf. Ich verschreibe Ihnen ein neues Medikament. Es wird Ihnen helfen. Ich verschreibe Ihnen ein neues Medikament. Es wird Ihnen helfen. Mein Sohn interessiert sich für alles, was mit Technik zu tun hat. Mein Sohn interessiert sich für alles, was mit Technik zu tun hat. Mein Sohn interessiert sich für alles, was mit Technik zu tun hat. Mein Sohn interessiert sich für alles, was mit Technik zu tun hat. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Ich kann es kaum erwarten, dass du endlich nach Hause kommst. Trotz Schwangerschaft arbeite ich gerne weiter im Büro. Nichtsdestotrotz, dass ich wachitne, ich schade, dass ich in der Ophäre weiter arbeite. Wir machen ein schönes Foto für Oma. Wir machen ein schönes Foto für Oma, sie wird sich darüber freuen. Ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast. Ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast. Ich freue mich, dass du heute Zeit für mich hast. Ich bezahle den Einkauf mit meiner Kreditkarte. 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 Bei einem Lesewettbewerb in der Stadtbücherei hat meine Tochter den ersten Platz belegt. Bei einem Lesewettbewerb in der Stadtbücherei hat meine Tochter den ersten Platz belegt. Bei einem Lesewettbewerb in der Stadtbücherei hat meine Tochter den ersten Platz belegt. Bei einem Lesewettbewerb in der Stadtbücherei hat meine Tochter den ersten Platz belegt. Läuferst du die Blumen mit dem Fahrrad aus? 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 Schön dich zu sehen. Ich komme gleich zu dir. Hallo Robert, schön dich zu sehen. Ich komme gleich zu dir. Привет Robert, приjemно вас бачите. Я прийду до тебя. Wie kommst du in der Schule voran? Wie sind deine Noten in Mathematik? Wie kommst du in der Schule voran? Wie sind deine Noten in Mathematik? Jak u tebe sprawe w skoli? Jak tvoje ozinky z Mathematyky? In der Zeitung gibt es einen Artikel über unsere Demonstration. In der Zeitung gibt es einen Artikel über unsere Demonstration. У газети есть статья про нашу Демонстрацию. Zum fünften Geburtstag gab es viele Geschenke und fünf Luftballons. Zum fünften Geburtstag gab es viele Geschenke und fünf Luftballons. Zum fünften Geburtstag gab es viele Geschenke und fünf Luftballons. На пятий день народжения було багато подарунки випять повитряных кулик. Diesen Absatz ersetze ich durch einen neuen Text. Diesen Absatz ersetze ich durch einen neuen Text. Diesen Absatz ersetze ich durch einen neuen Text. Я заменю цей Absatz новым Textом. Jede Familie sollte einen Erste Hilfe-Kasten haben. Jede Familie sollte einen Erste Hilfe-Kasten haben. Jede Familie sollte einen Erste Hilfe-Kasten haben. U każdei родine powinna buute Apteczka. Ich bin gleich fertig. Dann komme ich direkt zu dir. Ich bin gleich fertig. Dann komme ich direkt zu dir. Ich bin gleich fertig. Dann komme ich direkt zu dir. Ja, mai, je zakinche. Todi, ja präidu, präamo do vas. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Der nächste Schachzug will genau überlegt sein. Ich besuche dich gleich im Krankenhaus. Blumen habe ich schon gekauft. Ich besuche dich gleich im Krankenhaus. Blumen habe ich schon gekauft. Ich besuche dich gleich im Krankenhaus. Blumen habe ich schon gekauft. Ja nehajno zavitaju do vas v lekarniu. Ja vse kupila kviti. Du spielst die Gitarre am besten. Ich höre dir gerne zu. Du spielst die Gitarre am besten. Ich höre dir gerne zu. Du spielst die Gitarre am besten. Ich höre dir gerne zu. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Meine schönen Schuhe, Brille und Fliege liegen bereit für die Party. Meine schönen Schuhe, Brille und Fliege liegen bereit für die Party. Niemand glaubt mir, dass ich mit einer Bohrmaschine umgehen kann. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Ich möchte dir dabei helfen, den Boden zu saugen. Niemand hat größere Muskeln als ich. Niemand hat größere Muskeln als ich. Niemand hat größere Muskeln als ich. Das hört sich interessant an. Ich denke darüber nach. Das hört sich interessant an. Ich denke darüber nach. Das hört sich interessant an. Das hört sich interessant an. Ich denke darüber nach. Das hört sich interessant an. Ich denke darüber nach. Wenn dir dieses Video gefällt, dann gib uns bitte ein Like. Jede Woche kaufen wir Tiefkühlgemüse und braten es in einer Pfanne an. Jede Woche kaufen wir Tiefkühlgemüse und braten es in einer Pfanne an. Jede Woche kaufen wir Tiefkühlgemüse und braten es in einer Pfanne an. Meine Augen sind müde von der langen Arbeit am Computer. Meine Augen sind müde von der langen Arbeit am Computer. Meine Augen sind müde von der langen Arbeit am Computer. Heute habe ich meine dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Heute habe ich meine dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Heute habe ich meine dritte Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Die Injektion tut nicht weh. 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 Ich brauche eine Erholungspause. Ich brauche eine Erholungspause. Ich brauche eine Erholungspause. Ich brauche eine Erholung zu. Ich brauche eine Erholungspause. Siell sie mir ihr Problem. Was tut ihnen weh? Was tut ihnen weh? Siell sie mir ihr Problem. Was tut ihnen weh? Siell sie mir ihr Problem. Was tut ihnen weh? Ich bin auf meinen linken Arm gefallen. Ich schneide die Pizza in mehrere Stücke. Ich schneide die Pizza in mehrere Stücke. Ich schneide die Pizza in mehrere Stücke. Zum Nachtisch gibt es Joghurt mit Früchten. Zum Nachtisch gibt es Joghurt mit Früchten. Zum Nachtisch gibt es Joghurt mit Früchten. Ich schreibe eine Einkaufsliste für morgen. Ich schreibe eine Einkaufsliste für morgen. Ich habe die richtige Software gefunden. Ich habe die richtige Software gefunden. Ich habe die richtige Software gefunden. Ich bin Tischler. Ich arbeite in einer Tischlerei. Ich bin Tischler. Ich arbeite in einer Tischlerei. Ich arbeite in einer Tischlerei. Ich überprüfe, ob das Holzstück einen rechten Winkel hat. Ich überprüfe, ob das Holzstück einen rechten Winkel hat. Ich überprüfe, ob das Holzstück einen rechten Winkel hat. Ich überprüfe, ob das Holzstück einen rechten Winkel hat. Ich arbeite mit einem Handhobel. Ich arbeite mit einem Handhobel. Ich arbeite mit einem Handhobel. Ich habe Rückenschmerzen. Ich habe Rückenschmerzen. Ich brauche Asthma-Spray. Ich brauche Asthma-Spray. Ich brauche Asthma-Spray. Ich brauche Asthma-Spray. Ich habe mein Handy auf dem Tisch vergessen. 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 Heute ist mein letzter Ferientag. Morgen fängt die Schule wieder an. Morgen fängt die Schule wieder an. Möchtest du eine Kirsche haben? Chodzisch Wischnyu Hier kaufe ich immer meine Blumen. Hier kaufe ich immer meine Blumen. Ich kaufe immer meine Blumen. Ein weißes Pferd ist seltener als ein braunes Pferd. Ein weißes Pferd ist seltener als ein braunes Pferd. Die Gitarre ist das wichtigste Instrument in unserer Band. Die Gitarre ist das wichtigste Instrument in unserer Band. Die Gitarre ist das wichtigste Instrument in unserer Band. Gitarre ist das wichtigste Instrument in unserer Band. Heute gibt es einen Schokoladenkuchen. Heute gibt es einen Schokoladenkuchen. Heute gibt es einen Schokoladenkuchen. Ich trainiere mit meinem Pferd. 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 Ich schneide eine Schlangengurke in Scheiben. Ich schneide eine Schlangengurke in Scheiben. Ich schneide eine Schlangengurke in Scheiben. Die Hühner sind bei schönem Wetter immer im Freien. Die Hühner sind bei schönem Wetter immer im Freien. Die Hühner sind bei schönem Wetter immer im Freien. Ich trainiere mit meinem Pferd. Du sollst nicht so viel rohen Teig essen. Du sollst nicht so viel rohen Teig essen. Du sollst nicht so viel rohen Teig essen. Meine Hände sind voller Mehl. Meine Hände sind voller Mehl. Meine Hände sind voller Mehl. Ich lecke gleich meinen Finger ab. Ich lecke gleich meinen Finger ab. Ich lecke gleich meinen Finger ab. Ich esse eine ganze Tafel Schokolade. Ich esse eine ganze Tafel Schokolade. Ich nehme eine ganze Tafel Schokolade. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Im Sommer vermiete ich Sonnenliegen am Strand. Im Sommer vermiete ich Sonnenliegen am Strand. Die Katze sitzt am Fenster und schaut auf die Straße. Ein Schmetterling sitzt auf meiner Fingerspitze. Ein Schmetterling sitzt auf meiner Fingerspitze. Ein Schmetterling sitzt auf meiner Fingerspitze. Diese Frau hat grüne Fingerspitze. Diese Frau hat grüne Fingerspitze. Diese Frau hat grüne Fingerspitze. Die Katze schaut auf das Kinderspielzeug. Die Katze schaut auf das Kinderspielzeug. Der Hirsch trägt ein schönes Geweih. Der Hirsch trägt ein schönes Geweih. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir weitere Videos für dich veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir das nicht veröffentlichen können. Wenn du diesen Kanal abonnierst, dann trägst du dazu bei, dass wir das nicht veröffentlichen können. 4 3 3 4 4 5 4 4 4 5 5 5 4 6 4 5 4